Herzlich willkommen zurück und jetzt wollen wir mal das Haar erkunden unter dem Mikroskop. So, alle Masken gleichzeitig unter das Mikroskop gequetscht, richtige Vergrößerung ausgewählt und reingeguckt. So wie das aussieht, ist das die kleinste Vergrößerung, also nicht viel zu erkennen, nicht mal ein Haar, obwohl wir meinten, wir haben ein Haar. Das heißt, wir flitzen nochmal zurück, drehen das und werden das jetzt nochmal da durchkommen. Das sieht schon, ah, da sieht noch was aus, aber wahrscheinlich ist das immer noch zu klein. Wir müssen es noch größer machen, obwohl das jetzt nicht gerade größer ist. Hier haben wir doch drei so eine Dinger, Vergrößerungsdinger, so, okay, mitnehmen. So, da ist was. So drei Fragezeichen, macht was draus. Okay, dann ist es vielleicht nicht das, was wir finden sollen. Merkwürdig. An der dritten Maske sind keine Haare. Auch dafür wird es eine Erklärung geben. Ich schlage vor, wir sollten ein paar Leute mal heimlich beobachten. Ich weiß, an wen du denkst, Just. Draußen wird es langsam dunkel. Wir brauchen das Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät? Nachtsichtgerät. Okay, stimmt, hier sind Haare, da sind Haare und da nicht. Das heißt, einer wird eine Glatze haben. Der andere blonde Haare und der andere dunkle, grauselige Haare. So. Nachtsichtgerät. Ah, hier oben. Ähm, die Puppe und so. Also, die Gießkanne kann ich ja bestimmt wegtun. Kann ich nicht. Die Puppe auch nicht. Das heißt, sie schleppt jetzt mein Leben lang mit mir rum. Na gut. Nachtsichtgerät. Und ich schätze mal. Oh, das ist wirklich duister. Das heißt, wir gehen jetzt auf den Platz. Auf den, ich wollte sagen, Spielplatz. Aber auf den Rummel. Auf den Jahrmarkt. Obwohl ich gerade wieder total hier rum irre. Deswegen nehme ich wieder die Karte. Springe damit zum Hafen. So. Da, hinter dem Felsen, ist ein gutes Versteck. Mhm. Wir sollten uns aber später auf die Lauer legen. Noch ist zu viel los auf dem Jahrmarkt. Was heißt später? Später? Was soll ich denn? Okay. Noch ist zu viel los. Hier kann ich also nix machen. Nicht mal ne Puppe schmeißen. Nicht mal Gießkanne. Ein bisschen die Erde nass machen. Später. Zu viel los. Was soll ich denn in der Zeit machen? So. Okay, das kann ich nicht. Hier ist einfach offen. Ich kann mir auch nix tun. Hier oben war man eigentlich noch nicht so richtig. Glaub ich. Okay, mal kurz hier gucken. Was ist hier Müller noch? Gar nix. Klingeln. Okay. Es ist keiner da. Weil es zu vermieten ist. Weil da keiner wohnt. Hätte ja sein können, dass uns da jemand nettes die Tür aufmacht und wir weitere Hinweise finden. Okay. Porter? Porter hat bestimmt geschlossen, ne? Closed. Habe ich es mir doch gedacht. Wir könnten zur Polizeinummer gehen. Auch zu. Hm. Radiostation. Auch zu. Bibliothek. Auch zu. Bank. Ja, auch zu. Ja, wie sollen wir uns denn die Zeit vertreiben, bis es noch ein bisschen später wird? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo kommen wir denn noch hin? Radiostation kommen wir nicht rein. Die Brücke bringt mir eigentlich nix. Gasstation auch nicht. Öh. Habt ihr das gesehen? Da steht ja jetzt eine Gießkanne. Ich hab doch schon eine. Ach, ich kann die da zurück tun. Ah, da hatten wir sie her. Okay. Dann lassen wir die gleich mal hier. Ich schätze nicht, dass wir sie brauchen werden. Und da, hier lag wahrscheinlich nichts noch. Ne. Wir können nur natürlich noch mal gucken in der Zentrale. Oh. Was war das? Da jemand angerufen hat? Können natürlich noch mal Cotta anrufen. Was wir herausgefunden haben. Ach, sieben. Okay, dann nicht. Was heißt denn zu früh? Vielleicht haben wir eine Mail. Glaube ich zwar auch nicht, aber ich probier's mal. Okay. Keine Mail. Ach so, Internet vielleicht. LA News. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin, dass wir diese Gerüche nicht haben, wenn wir ins Internet gehen. U-Boot gestohlen. Das kennen wir ja auch. So, Wanderfinder. Ah, da können wir mal mit der Telefonnummer gucken, wie in die gehört. Ah, CD muss ins Laufwerk. Machen wir kurz mal. Mich interessiert es, wem wir dort die ganze Zeit angerufen haben. Ach so, ähm, noch mal zurück. Ähm, CD eingelegt. PC ran. Wanderfinder. Und die Nummer. Und die Nummer. Ach, sieben. Aha, das ist direkt von der Bank. Okay. Und die andere, die da bei dem Studio noch darüber stand, der so eine Villa gesucht hat. Na, 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 na. Okay. Kein Treffer. So, ich hoffe, es ist jetzt spät genug. Wir können jetzt schon mal zu Tante Matilda gehen. Ähm. Genau, hier links. Ich hoffe, das klappt. Jupp. Tante Matilda. Die hat uns ausgesperrt. Sauerei, sowas. Und hier? Da können wir rein. Ah, was haben wir denn hier? Hier liegt irgendwas. Was ich nicht weiß, was das sein soll. Ist da ein Elektroschocker, oder was ist das? Hier vorne dann die beiden Spitzen. Mal sehen, vielleicht kriege ich das zusammengebaut. Hm. Ich habe... Äh? Hey, ich kann jetzt gerade damit gar nichts so... Das musst du da ran. Wenn das nicht geht, dann muss das gehen. Oder so ran. So ran. Hm. Das verstehe ich nicht. Den kann ich nicht da hinlegen. Und den? Auch nicht. Den schon. Und kann ich da irgendwas von denen hinlegen? Nein. Ich will den woanders hinlegen. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube, ich brauche das, aber... Ich glaube, ich brauche das, aber... Gibt es hier noch irgendwas? Was soll denn das sein, ey? Was soll das sein? Ich kann natürlich jetzt hier ewig rumprobieren, aber das ist ja auch nicht so... Ich habe ja die alle schon hier dran probiert. Na, so. Den mit den, den mit den, oder den mit der Seite, der mit der Seite, der mit der anderen Seite. Dann probieren wir den mit den, den mit so und so und so. Komm, wir probieren jetzt kurz alles aus, so systematisch. Auch wenn manche Sachen sehr unlogisch erscheinen. Vielleicht braucht man auch nicht alle Teile. Äh... Ich bin gerade jetzt beide verbunden. Oder sind wir verloren gegangen? Jetzt bin ich verwirrt. Ist einer weg. Okay, der passt jetzt da ran. Hä? Oder liegt der einfach nur so da? Ja, wo ist jetzt mein anderes Teilstück? Der irgendwie bin ich jetzt total... Was ist denn das hier für ein Rätsel? Also das geht... Konntest du auch hier fallen? So. Jetzt sieht man genau dieses kleine Zwischenteil. Gehen wir mal kurz zurück. Nochmal rein. So. Den legen wir da hin. Den legen wir da. Also direkt hier ran. So. Den legen wir dann hier ran. Und jetzt legen wir den... Moment. Der lag doch hier irgendwo. Vorhin lag der doch da noch. Komm. Okay. Okay, man muss da sehr genau sein. Okay, jetzt haben wir... Irgendwas. Elektroschocker oder so. Okay, ich hoffe, der funktioniert auch ohne Batterien. Jetzt wollen wir da nochmal in der Nacht hingehen. Und mal gucken... Was da jetzt gleich passieren wird. Okay. Gut, dass wir das Nachtsichtsgerät haben. Ich bin gespannt, wie viel wir damit in der Dunkelheit erkennen können. Ich auch. Aber um es spannend zu machen, geht's in der nächsten Folge weiter. Mal sehen, ob wir das Rätsel in der nächsten Folge lösen werden. Wer sind die Bankräuber? Wer sind die Bankräuber?